Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Road to Kristall Beim letzten Part hatten wir 1433 Pokale gehabt, das ist aber auch schon eine Weile her, seitdem ich das aufgenommen hatte Ähm, hatte zwischendurch einen Livestream gemacht gehabt und so ein bisschen Selbstfarming Deswegen kann es, ja, habe ich halt weniger Pokale Ähm, das ist leider so und ich versuche jetzt einfach mal weiter wieder Pokale zu holen Ich hoffe mal nicht, dass es allzu schwer sein wird, aber auf dieser Stufe ist das recht easy eigentlich Also, da sollte man gar keine Probleme haben Ähm Ich würde sagen, wir nehmen das einfach mal mit, wa? Scheiß drauf, nehmen wir einfach mal mit, holen wir uns ein paar Pokale Brauchen ja wieder einige Und beim letzten Mal, unter dem letzten Part wurde gefordert, dass ich Äh, so die Pokale ich dazu bekommen habe, dazu schreibe Kann ich gerne machen, also am Ende dann halt so Wie viel ich insgesamt dazu bekommen habe So, da sind scheiß Teslas Mäh Ja, mhm Zu Road to Meister Werde ich dann wahrscheinlich auch direkt angehen Lassen wir uns mal überraschen Ähm, ob das so wird Auf jeden Fall bin ich zumindest nicht abgeneigt dazu Finde das auch eigentlich gar nicht so schlecht bei Meister Es kriegt halt nochmal tausend Dings dazu Tausend Äh, tausend Juwelen Ah, die sind gerade Aufgeteilt auf die Mauern Ist ungünstig Bäm und da haben wir das Rad kaputt gemacht, wunderbar Das reicht aber auch So, 16 Pokale dazu bekommen und wir sehen uns dann gleich beim nächsten Battle wieder So, ich hoffe mal hier kriegen wir die Ich hoffe mal das, aber das wird, was sieht gut aus eigentlich Das sieht gut aus Sehr schön, wir nehmen uns noch ein bisschen Rest Rest Gold mit Aber das sieht auch schon aus, als ob es das war Leider bin ich jetzt gerade nicht herangekommen Aber egal Dafür ein paar Ressourcen mitgenommen Äh, gleich mal meine Kosten So ein bisschen für die ganzen Bogenstützen Zweiter ausgeglichen Aber das ist in Ordnung Ja, dann sehen wir uns gleich wieder 10 Pokale wieder zu bekommen Sehen wir uns dann gleich wieder Und gleich direkt das schöne schicke Rad Ich hoffe mal hier stehen keine Teslas Ne, wunderbar Kann man sich also ein paar Einheiten sparen Ich werde auf jeden Fall das Dunkelexierlager blitzen Ja, schön, fast 600 rausbekommen Würde ich 50% durch die Gebäude kriegen? Wahrscheinlich schon Ich probiere es einfach mal In der Hoffnung, ich kriege sie Das ist natürlich ein Barbarenkönig, der ein bisschen untoll Da ist Das wird schon irgendwie Wie viele Einheiten da drin sind In der Klamourke Ich glaube, dass mit den 50% wird nichts Das spare ich mir die Klamourke Ne, das wird leider nichts Achso, der hat auch noch X-Bogen Okay Gut, dann sowieso nicht Gut, dann lachen wir das Ein paar Einheiten rausgegeben Aber schön 11 Pokale Ich habe natürlich 22 mitgenommen Aber 11 ist auch in Ordnung Dann gucken wir mal, ob wir bei dem Rathaus, dass ich sie hinkriegen Aber ob uns der X-Bogen auf den Sack geht Ah ja, okay Hier ist wieder Anti-Rathaus Anti-Rathaus-Sniper-Base Aber ist kein Ding Ich habe genug Einheiten Kein Thema Das Rathaus-Klima Lockerdown Aber ich habe die restlichen Gebäude nicht Dafür haben wir zu wenig Einheiten dabei Aber mir geht es ja auch teilweise meistens immer noch um das Rathaus Und dann reicht mir das auch schon Naja, gut, ein paar Ressourcen gibt es auch noch Aber das ist jetzt egal Ganze sechs Pokale bekommen Yay Ich finde es immer nett, wenn die Leute hier ein Rathaus rausstellen Damit ich das schön kaputt machen kann Ja, natürlich sind die Klamourke wieder drin Muss ja sein Sechserriesen auch noch Mann, Mann, Mann Kein Ding, kriegen wir hin Da ist ja glücklicherweise kein Magetum, der gerade rumsteht Ist ja schon mal toll daran Dass der gerade im Ausbau ist Ja, okay, die Sechserriesen sind auch nicht so toll Ist halt wirklich nur zum Wegtanken von Gebäudenangriffen Aber wenn es gegen Einheiten geht, dann sind die auch so was von schnell down Da waren noch kleine Bogenschützen Ja, komm, weißt du, die Mauer an die Trottel Ach, Mensch, weißt du, die Bogenschützen sind manchmal auch doof Ah gut, mehr gibt es ja nicht zu holen Keine Keine Pokale mehr Gut, dann haben wir hier oben Werdet ihr gleich rechts von den Pokalen 1408 sehen Dieses Plus Das werde ich jetzt immer einblenden Einfach, weil es auch Leute gefordert hatten Oder wäre toll Ich finde es auch nicht schlecht aus Und gucken einfach mal Das war es gewesen Wieder der vierte Part von Road to Crystal Dann geht es wieder beim nächsten Part weiter Hoffentlich dann erstmal Crystal 3 Und nachdem ich Crystal 3 bin Kommt direkt das Projekt dann wahrscheinlich Road to Meister Weil Crystal ist ja eigentlich nicht mehr so schwierig Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Part Bye, bye